Ja ihr Lieben, wir befinden uns gerade auf der Autofähre von Orsäun nach Duisburg-Walsum. Mit von der Partie Fakas Ember, Shadow. Ja, wunderschöner Tag. Der Hund hat Spaß. Hächelt ein bisschen, ist ja auch Neues für ihn. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Die Fahrt geht eigentlich. Mit dem Auto 3,50 Euro kann man nicht meckern. Ja, super. Das ist jetzt schon gleich da. Geht vielleicht schnell. Auf dem Schwimmen wäre es ja nicht so schnell. Ich sag mal bis später. Ciao.